Ich rufe Tagesordnungspunkt 66 auf. Tagesordnungspunkt 38, 50, 73, 75, 76 mit fünf Anträgen. Die brauche ich Ihnen im Einzelnen nicht mehr vorzutragen. Aktuelle Stunde Fraktion der Freien Demokraten. Schwarzer Tag für das freie Netz. Uploadfilter sind Grundstein für europaweite Zensur, Infrastruktur, faire Ausgleich zwischen Urhebern. Nutzen Sie erforderlich. Drucksache 20,0424 beginnt der Kollege Stirböck. FDP-Fraktion, Offenbach-Stadt. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident, aus Offenbach-Land. Am 23. März haben europaweit mehrere Hunderttausend Menschen samstags gegen die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt demonstriert. Trotzdem wurde sie vergangene Woche beschlossen. Manche haben gesagt, dies sei so eine Art Clash der Generationen. Es ist aber anders. Die Autoren der Gesetze haben das Internet nicht verstanden. Durchgesetzt hat sich nicht die ältere Generation. Durchgesetzt haben sich die Internetausdrucker. Besonders in der Kritik stehen die Regelungen, die unter Art. 11 und 13 bekannt wurden. Der Leistungsschutz für Presseverlage und die Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen von Onlineinhalten. Wir Freien Demokraten achten das Urheberrecht. Das Recht der Kreativen, der Künstler, der Autoren, der Maler, der Fotografen am eigenen Werk muss auch in Zukunft Bestand haben und geschützt bleiben. Das Ob ist unstrittig, strittig ist nur das Wie. Art. 13 der Ursprungsfassung, jetzt Art. 17 Nr. 4c, verpflichtet die Diensteanbieter, das künftige Hochladen dieser Werke oder sonstiger Schutzgegenstände zu verhindern. Das kann kein Mensch. Ohne Uploadfilter funktioniert diese Richtlinie nicht. Statt Menschen entscheiden Algorithmen. Diese können aber nicht erkennen, wer der rechte Inhaber ist, ob es sich um ein Zitat, ob es sich um Satire oder Parodien handelt. Uploadfilter blockieren nicht nur Urheberrechtsverletzungen, sondern sie verhindern unter Umständen auch die rechtlich zulässige Meinungsäußerung im Internet. Es besteht die dringende Gefahr automatisierter Zensur aufgrund staatlicher Vorgaben. Schon jetzt nutzen Onlineanbieter Filter. Im Wahlkampf habe ich bei Facebook mein eigenes Plakat hochgeladen. Es hieß Bambel und Blockchain. Facebook ließ dies nicht zu, weil das Netzwerk aufgrund zahlreicher Betrugs mit Blockchain und Bitcoin jegliche Nutzung des Wortes Blockchain blockte. Auch eine individuelle Überprüfung brachte nichts. Das Wahlergebnis war trotzdem gut. Aber ein Gesetz, das den Einsatz solcher Zensurtechnologie auch noch flächendeckend befördert und befeuert, kann nicht die Zustimmung der Freien Demokraten finden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der SPD sowie der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler Schauen wir etwa nach Ungarn, sollte uns das nachdenklich stimmen. Außerdem bedroht die Richtlinie schon nach kurzer Zeit Start-ups, die nicht in der Lage sind, solche Uploadfilter selbst zu programmieren. Daher werden die Kleinen die Angebote der Großen in Anspruch nehmen müssen. Das zementiert deren Marktmacht. Wir setzen uns dagegen ein für einen Urheberschutz, der das freie Internet erhält, etwa mit der Beibehaltung des Notice-and-Takedown-Verfahrens oder mit einer technischen Lösung, die die Blockchain-Technologie einsetzt. Vereinfacht ausgedrückt wird dabei jedes Werk individuell gekennzeichnet. Jede Nutzung ist dokumentiert. Somit wird klar, wie das Foto oder das jegliche Werk verwertet wurde. Daran könnte eine Vergütung geknüpft werden. Das wäre ein echter Mehrwert für die Kreativen. Das wäre ein echter Mehrwert für die Künstler. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Unser Dringlicher Antrag geht auf einen gemeinsamen Antrag von Jamaika in Schleswig-Holstein zurück. Auch die AfD hat sich ziemlich ohne Filter an diesem bedient. Der SPD-Antrag ist in Punkt 4 die Weißwaschung des Schlingerkurses der Sozialdemokratie auf übergeordneter Ebene. Das überzeugt uns daher nicht. Ein klares Votum des Parlaments geht am besten mit unserem Antrag, und es geht auch noch mit dem Antrag von Schwarz-Grün. Deswegen werden wir diesen beiden Anträgen zustimmen. Das wäre ein Signal an das Europaparlament, in der nächsten Legislaturperiode dieses Thema noch einmal anzufassen, für ein freies Internet. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Stirböck. – Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD steht an der Seite der Urheber, der Kreativen, der Kulturschaffenden und der Künstlerinnen und Künstler ein für die Freiheit des Internets und für Freiheitsrechte in der digitalen Zeit. Das ist unsere Leitlinie, wie wir uns in der gesamten Debatte rund um die Urheberrechtsreform auf europäischer Ebene immer wieder klar positioniert haben und deutlich gemacht haben. Wir brauchen eine Verbesserung der Situation der Urheberinnen und Urheber und einen gerechten Interessensausgleich mit den Verwerterinnen und Verwertern. Es wäre wichtig gewesen, dies auf europäischer Ebene hinzubekommen in ein modernes und zeitgemäßes Urheberrecht. Eine angemessene Vergütung statt Ausbeutung und Rechteverlust, das war, ist und bleibt unsere Zielsetzung, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir daran gearbeitet, dass wir Uploadfilter verhindern können. Meine Damen und Herren, aber die Entscheidung des Europäischen Parlaments hat gezeigt, ein modernes Urheberrecht ohne Art. 13 oder jetzt Art. 17 war leider nicht möglich, weil unser Antrag im Europäischen Parlament genau diesen Passus mit herauszunehmen, weil die anderen Punkte wichtig und richtig sind. Das war leider ohne Erfolg, weil es die Mehrheit nicht wollte. Deswegen finde ich es abenteuerlich, wenn die Koalitionsfraktionen jetzt in Ihrem Antrag, den Sie heute hier vorgelegt haben, ihr selbst geschaffenes Problem, das Sie auf europäischer Ebene zu verantworten haben, weil alle anderen gegen den Uploadfilter gekämpft haben, hier mit einem textlichen Brummkreisel zu umschreiben, weil sie erkennen, dass es ein Fehler war. Und jetzt weiße Salbe den Menschen auf die Augen schmieren wollen, dass sie dafür die Verantwortung mittragen und diese falsche Entscheidung herbeigeführt haben, meine Damen und Herren. Das Internet mit seinen Rechten, mit der Freiheit der Meinungsäußerung, des Austauschs, der Diskussion und vieler Möglichkeiten, sich auszutauschen, gerade im kulturellen und künstlerischen Bereich, ist ein wichtiges Fund für unsere freie, liberale Gesellschaft und bietet gerade jungen Menschen Möglichkeiten, sich zu engagieren und sich auszudrücken. All das darf nicht irgendwelchen Konzernen, die mit Algorithmen, mit technischen Lösungen Uploads verhindern, zum Opfer fallen, sondern wir brauchen dann eine inhaltliche Auseinandersetzung. Diejenigen, die ihre kreative Leistung dahinter eingebracht haben und davon leben wollen und sollen, brauchen eine angemessene Vergütung, meine Damen und Herren, und deswegen keine Uploadfilter, sondern einen ordentlichen Interessensausgleich und eine Verbesserung der Situation der Künstlerinnen und Künstler. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Wir diskutieren es nicht erst seit ein paar Wochen. Bereits letztes Jahr im Sommer hat die SPD-Gruppe im Europäischen Parlament gerade diesen Vorschlag, bezahlen statt blockieren, eingebracht und immer wieder hartgestellt und gesagt, das ist ein Weg, wie wir gemeinsam gerade in diesem wichtigen Bereich eine Lösung hinbekommen, die den beiden Interessen entspricht. Aber raten Sie einmal, wo das Problem lag. Der entsprechende Berichterstatter im Europaparlament, Ihr Kollege Axel Voss der Union, hat das abgelehnt und mit dafür gesorgt, dass genau das Ergebnis im Europaparlament so war, wie es jetzt ist. Deswegen ist nach mehrheitlicher Rechtsauffassung nachher die Chance, im nationalen Recht, das alles einzuschränken, was Sie auf europäischer Ebene angerichtet haben, nahezu nicht möglich. Deswegen ist es weiße Salbe, wenn Sie jetzt hier alle sagen, na ja, Gott, in Europa ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt muss es Berlin richten. Nein, die Chance, gegen Uploadfilter zu kämpfen, war, ist und bleibt Europa. Beifall bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN und der Union zusammen – das können Sie selbst durchlesen – dem kann man so nicht zustimmen. Das werden Sie selbst nachvollziehen, weil das, was Sie gerade in Punkt 1 beschreiben, nämlich die Situation zu beschreiben, die jetzt eingetreten ist – und das sollen wir noch quotieren –, das können Sie ernsthaft nicht von uns verlangen. Ich will auch kurz zum Entschließungsantrag der AfD sagen, weil Sie unter Arabisch 3 deutlich machen, Ihre Sorge um den Kultur- und Kunststandort Hessen. Dann ist das, was Sie sonst zu dem Thema von sich geben, deutlich, dass Sie es nicht ernst meinen und hier auf einer Welle mitschwimmen wollen. Aber das nimmt Ihnen auch keiner ab. Deswegen darf man Rechten eben nicht auf den Leim gehen, meine Damen und Herren. Von daher Ja zu einem starken Urheberrecht, nein zu Uploadfiltern. Alle, die sich damit beschäftigen, auch in der Verbesserung der Situation von Kulturschaffenden, sind weiter gefordert, hier aktiv zu bleiben, engagiert zu kämpfen, aber entsprechend deutlich zu machen, dass das, was das Europäische Parlament in diesem Zusammenhang beschlossen hat, der falsche Weg war, ist und bleibt, meine Damen und Herren. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. – Das Wort hat der Abg. Thorsten Leveringhaus, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und werte Besucher auf der Tribüne! Lassen Sie mich kurz, bevor ich mit meiner Rede beginne, noch einmal auf meinen Vorredner eingehen. Es gibt den Begriff des Greenwashings, wenn Unternehmen, die im Umweltschutz nicht besonders gut sind, dann mit einer Aktion versuchen, alles geradezustellen. Ich glaube, wir alle sollten uns einmal das Abstimmungsverhalten der europäischen Parteien anschauen, und dann sollte man sich nicht hier als SPD hinstellen und sagen, alle anderen haben gegen Uploadfilter gekämpft. – Nein, das funktioniert schon nicht. Schauen Sie sich einmal Ihr Abstimmungsverhalten an. – Wie gesagt, schauen Sie einfach einmal darauf, dann reden wir gerne weiter. Wir reden hier zu diesem Tagesordnungspunkt mit mehreren Anträgen, und ich glaube, das zeigt auch die gesellschaftliche Relevanz, die das Thema hat. Wir reden über ein beschlossenes Urheberrecht. Die Deutsche Forschungsgesellschaft sagt dazu, dass das Gesetz die Nutzungsbedingungen verschärft und künstliche Barrieren aufbaut. Die zuständige Justizministerin sagt hingegen, dass die Novelle das Urheberrecht fit für das digitale Zeitalter mache. Das klingt jetzt wie eine aktuelle Meldung, könnte so letzte Woche in der Zeitung gestanden haben, ist aber aus dem Jahr 2007. Da hatten wir in Deutschland eine Urheberrechtsreform, und die damalige Justizministerin war Brigitte Zybris. Dieses kleine Beispiel zeigt doch, wie schwierig wir uns alle tun, das Urheberrecht an die neuen digitalen Wirklichkeiten anzupassen. Unser Urheberrecht kommt aus einer Zeit, in der die Vervielfältigung von Werken mit einem zeitlichen, finanziellen und wie auch immer gearteten Arbeitsaufwand verbunden war. Gleichzeitig war eine verlustfreie Kopie quasi unmöglich herzustellen. Das hat sich heute grundlegend geändert. Auf Knopfdruck, ohne Aufwand, ohne zeitliche Verzögerung ist es möglich, eine Kopie zu erstellen, ohne dass uns dabei bewusst ist, ob wir eine Urheberrechtsverletzung begehen oder nicht. Meine Damen und Herren, wie schnell – das können wir uns auch hier im Haus einmal selbst fragen – teilen oder retweeten wir einen Beitrag, ohne zu wissen, ob das dabei hinterlegte Foto oder der Artikel eine Urheberrechtsverletzung enthält. Es ist auch sehr schwer zu prüfen. Das Erwähnen von Facebook und Twitter offenbart auch einen weiteren großen Unterschied zu der Zeit vor der Digitalisierung und damit auch ein großes Problem. Wir reden nicht mehr über wenige Urheber, die Werke schaffen, sondern wir alle sind Urheber. Wenn wir unser Smartphone benutzen, Fotos machen, sind wir alle Urheber. Dem trägt diese Reform in keinster Weise Rechnung. Die Diskussion zur aktuellen EU-Urheberrechtsreform war zum Ende hin vor allem von zwei Hauptsträngen oder zwei Hauptargumenten geprägt. Auf der einen Seite wurde die derzeitige Situation von Urheberinnen angeführt, die oft keine oder nur geringe Bezahlung für ihre Werke erhalten. Auf der anderen Seite wurde die Gefahr einer Blockade von Inhalten und der Meinungsfreiheit angeführt, die durch die Uploadfilter entstehen könnte, die sich technisch und praktisch aus dem Text von Art. 17, ehemals Art. 13, ergeben. Aber der Schutz der Urheber und ein Netz ohne Uploadfilter sind meiner Meinung nach Punkte, die sich nicht ausschließen müssen. Dass das Urheberrecht an unsere digitale Wirklichkeit angepasst werden muss, das hat nie jemand bestritten, auch nicht die Leute, die gegen Art. 13 oder 17 protestiert Das waren viele Leute. In den letzten Wochen sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Eine Petition haben mehr als fünf Millionen Menschen unterzeichnet. Diese Proteste, man muss es leider so deutlich sagen, wurden ignoriert. Die Abstimmung, wenigstens noch einmal über Art. 17 zu diskutieren, wurde abgelehnt und dann die Reform als Ganzes beschlossen. Aber ich bin froh, dass sich gerade junge Menschen so politisch engagiert haben. Auch wenn die Reform nun verabschiedet wurde, macht mir dies, ebenso wie die Proteste unter dem Titel Fridays for Future, Hoffnung für unsere Demokratie. Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Wie geht es jetzt weiter? Es wird noch zu einer finalen Abstimmung am 15. April kommen. Diese wird im Agrarausschuss stattfinden. Das gibt dem Begriff Neuland vielleicht auch einmal eine ganz neue Bedeutung, wenn wir über das Internet reden. Danach bleiben dann zwei Jahre, um diese EU-Überrechtsreform in ein nationales Gesetz zu gießen. Da haben wir Stellschrauben, diese sind aber sehr gering. Trotzdem gilt es, diese Stellschrauben zu nutzen, um gerade kleine Firmen und Start-ups zu schützen, die bei der Umsetzung von Uploadfiltern auf extreme Schwierigkeiten stoßen werden. Das gilt auch und gerade für uns in Hessen mit vielen kleinen Start-ups, eine Start-up-Szene, die sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat. Das wäre äußerst problematisch. Meine Damen und Herren, wir sprechen uns im Antrag klar gegen Uploadfilter aus. Aber wie wir im dritten Absatz unseres Antrags auch klarmachen, hier ist der Bund in der Pflicht, die Richtlinie einerseits europarechtskonform, andererseits ohne Beschneidung der Meinungsfreiheit umzusetzen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Leveringhaus. – Das war die erste Rede des Kollegen von Degenhaus. Alles Gute. – Herzlichen Glückwunsch. – Das Wort hat jetzt der Abg. Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie uns einmal ganz entspannt, auch wenn ich eben gehört habe, hier würde mit dem Degen gefochten, noch einmal ganz kurz auf die Historie schauen. Diese EU-Urheberrechtsreform ist weder im Europäischen Parlament noch auf der europäischen Ebene, noch insgesamt. Das ist das Ergebnis eines rund zweieinhalbjährigen Diskussionsprozesses auf europäischer Ebene. Mit Verlaub, wir sollten auch den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament nicht zu Unrecht tun, weil den ersten Aufschlag und den größten Teil der Diskussion dabei haben auch die Nationalstaaten geprägt, die nationalen Regierungen, die das mitgeprägt haben. Es gibt viele Regierungen auf unserem Kontinent, die sich wesentlich härtere Regelungen gewünscht hätten als das, was jetzt in der EU-Urheberrechtsreform drinsteht. Dies gehört zur Wahrheit mit hinzu, auch wenn einem das, was dort jetzt beschlossen worden ist, vielleicht nicht in jedem Komma gefällt. Worum geht es? Es geht um die Neujustierung des Schutzes geistigen Eigentums im Internet. Zum Teil wurde das bereits angesprochen. Wo stammt denn der Begriff geistiges Eigentum her? Wer sich das einmal ganz kurz vor Augen führt, wird z.B. auf den Philosophen Kant auf das späte 18. Jahrhundert zurückgeführt, um dort neue Begriffe zu prägen, neuen Schutz, den man sich damals überlegt hat. Das wollen wir heute an dieser Stelle ins digitale Zeitalter überführen. Ich habe leider das Gefühl bei der einen oder anderen Rede, dass die Freiheit des Internets mit der Kostenfreiheit verwechselt wird. Das eine ist nicht das andere. Das wird gerne übersehen, und das ist sehr schade dabei. Wer leidet denn am meisten darunter? All die Urheberinnen und Urheber, die bisher nichts dafür bekommen. Wer nutzt es? Unternehmen, die keinen Einsatz zeigen, die aber gerne, falls auf ihre Technik, auf ihre geistige Erfindung zugegriffen würde, mit aller Härte sicherlich des Gesetzes und des Rechtsstaates versuchen würden, zu reagieren, um ihr geistiges Eigentum zu schützen. Von daher ist es nur gut und richtig, dass an dieser Stelle jetzt auch dafür gesorgt wird, dass auch diese Plattformbetreiber in die Haftung genommen werden. Wir sprechen uns, und da ist unser Antrag ganz klar, das hat Herr Kollege Leveringhaus eben auch gesagt, wir sind gegen das, was genau diese Konzerne jetzt in den Raum gestellt haben, nämlich die sogenannten Uploadfilter. Ich möchte nur eines dabei einmal sagen. Die Union ist, wenn ich das richtig sehe, somit die einzige Partei, die bereits sagt, wenn jetzt die Umsetzung auf deutscher Ebene kommen wird, wie wir uns das vorstellen können, wie wir das auf deutscher Ebene lösen können. Mit dem Lizenzmodell haben wir einen Vorschlag gemacht. Dann kommen wir wieder zu der Großen Koalition in Berlin. Ich kann es mir dann auch da nicht ersparen – jetzt sehe ich zwar den Kollegen Eckert ganz vorne, nicht auf seinem üblichen Platz, Glückwunsch zum Aufrücken in die erste Reihe – kann es mir nicht ersparen, so wie Herr Stirböck es eben gesagt hat – auf die Rolle der Bundesjustizministerin anzuspielen, die in Brüssel fröhlich immer allem zugestimmt hat und auf jeder Parteiveranstaltung, auf jeder Wahlkampfveranstaltung jedem nach dem Mund geredet hat und gesagt hat als Spitzenkandidatin für das Europäische parlamentarische Partei, dass sie dagegen ist. Mit Verlaub, das kann man machen, das ist nicht glaubwürdig und das ist auch nicht klug auf Dauer, wenn man das so macht. Wir werden sehr sehen, wie sich dann die Große Koalition in Berlin mit dem konkreten Vorschlag, den die Union vorgelegt hat, für ein Lizenzmodell zur Umsetzung auseinandersetzt, und wie sich dann dort die SPD verhalten wird, ob sie es wieder so hält, draußen jedem nach dem Mund zu reden, aber am Ende mit dem Parlament anders zu entscheiden. – Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Herr Kollege Honka. – Das Wort hat der Abg. Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste oben auf der Besuchertribüne. Erstaunlich. Wir sind uns weitestgehend einig in der Beurteilung dessen, was es hier zu schützen geht. Niemand bestreitet in diesem Raum, dass es eine gerechte, eine faire Vergütung von Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern geben muss, von Autorinnen und Autoren. Aber darum ging es bei diesem Protest auch gar nicht. Bei diesem Protest, der auf die Straße getragen worden ist, wurde gesagt, es waren über 5 Millionen Menschen, die die Petition unterschrieben haben. Es gab keine formale Petition. Das hatten wir gestern. Es gab aber einen Aufruf im Internet. Es waren Hunderttausende auf der Straße, die in Europa protestiert haben, weil sie vor einer Sache Angst hatten, nämlich dass die Freiheit im Internet, ihre Freiheit, ihre Kultur, die eine andere Kultur ist als die der Erwachsenenwelt, dass genau diese eingeschränkt wird. Wenn zukünftig, wenn diese Verordnung, dieses Gesetzes im nationalen Recht gegossen ist, Content hochgeladen wird, dann wird eben vor der Veröffentlichung geprüft, ob es sich um urheberrechtlich geschützte Werke handelt oder nicht. Dieses kann nicht mehr aufgrund der schieren Masse manuell passieren, sondern das kann nur noch mit einem Automaten passieren. Das kann nur noch automatisiert passieren. Da ist genau das Problem, und das ist hier auch schon beschrieben worden, und diese Uploadfilter sind eben nicht in der Lage zu erkennen, was Satire ist. Sie erkennen nicht, wenn etwas Parodie ist, oder sie erkennen auch nicht, wenn etwas zusammengeschnitten ist in einem Maß, das noch gar nicht vom Urheberrecht gedeckt ist. Diese Upload-Sperren werden dann ausgelöst. Ich sage einmal, wenn es einen Empfang der Landesregierung gibt, und im Hintergrund läuft ein Musikstück, dann werden diese Uploadfilter nicht in der Lage sein, zu erkennen, was jetzt eigentlich im Vordergrund ist, nämlich der Empfang der Landesregierung, und was ist Begleitmusik. Im Zweifelsfalle fällt genau das zum Opfer. Wir sind hier in diesem Plenarsaal, und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir eine bessere Öffentlichkeitsarbeit machen können, unsere Reden besser nach außen bringen können. Ja, auch wir sind davon betroffen, denn unsere Reden werden auch auf YouTube veröffentlicht. Wir begeben uns später dann, aber wir begeben uns genau in diesen Mechanismus auch hinein, und wir könnten genauso an dieser Stelle Opfer werden, dieser Upload-Filter. Wenn dort etwas ist, was diese Upload-Filter nicht erkennen werden, werden entsprechend diese Inhalte auch geblockt. Das ist der Grund, warum berechtigt so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich fand es tatsächlich erschreckend, wie die Europäische Union darauf reagiert hat. Menschen, die ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit in Anspruch genommen haben, wurden bezeichnet als Mob. Das ist eine Verächtlichmachung, die dort stattgefunden hat. Ich kann die Entrüstung der jungen Menschen durchaus verstehen, die gesagt haben, wir engagieren uns an dieser Stelle für etwas, wir setzen uns für etwas ein, wo wir die Meinung haben. Ihr habt es schlicht und greift nicht verstanden, worüber ihr dort gesprochen habt, und es wurde auf diese Art und Weise reagiert. Wir sagen ganz klar als LINKE, wir brauchen keine EU der Konzerne, die für Upload-Filter sind. Wir brauchen ein Europa, das für Menschen und auch für die Daten offen sein muss. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU sowie der Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Weil es geht, wenn man einmal genau bei der EU-Urheberrechtsreform gar nicht um den Schutz des geistigen Eigentums, sondern um den Schutz von Konzerninteressen. Die vielen Start-ups, die hier angesprochen worden sind, die kleinen Firmen, werden gar nicht in der Lage sein, selber Upload-Filter zu programmieren und sie an den Markt zu bringen. Wenn zukünftig Upload-Filter gefordert sind, werden wir uns wieder auf ein, zwei der großen Anbieter verlassen müssen. Das sind die YouTubes, das sind die Amazons, das sind die Googles dieser Welt. Alles wird über die gehen, und die werden sich genau dieses Modell lizenzieren lassen. Das wird teuer werden für die. Genau an der Stelle ist der zweite Punkt, der kritisch zu betrachten ist, die Frage, ob ich da noch etwas hochladen kann oder nicht, und wie teuer ist der Upload-Filter, ist die zweite Zugangsbarriere, die aufgebaut wird. Ich möchte noch auf eine dritte Sache eingehen. Neben diesem neuen Artikel 17 gibt es eben auch den Artikel 11 in diesem Gesetz, der besagt, dass auch ganz kleine Textausschnitte zukünftig zu lizenzieren und dafür eine angemessene Gebühr zu zahlen ist. Das ist eine Art von Linkssteuer. Das war bisher nicht schützenswert, weil es einfach keine eigene kreative Schöpfung war. Aber mit diesem Gesetz werden zukünftig auch Links auf Drei-Wort-Sätze, so wie wir sie in der Bild-Zeitung sehen, mit einer Lizenzgebühr belegt. Das bedeutet eine weitere Kommerzialisierung des Internets. Da wird es tatsächlich interessant, und da wird auch deutlich, wo diese Gesetzentwürfe herkommen. Dieses Geld geht nämlich nicht vollständig an die Autorinnen und Autoren, die es verdient hätten, wo ich sagen könnte, da habe ich noch Sympathie für, sondern 50 % dieser Tantiemen gehen in die Tasche der großen Medienverlage. Genau diese Benachteiligung von Autorinnen und Autoren hatte der Bundesgerichtshof in seinem Urteil zur VG Wort 2013 als rechtswidrig bewertet, nämlich dass die großen Verlage dort die Tasche aufhalten. Mit dem neuen Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene soll jetzt und getrieben von den großen Medienverlagen Bertelsmann, Bauer und Springer genau diese Übervorteilung wieder eingeführt werden. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Dann komme ich zum Schluss. Man sieht an der Stelle sehr deutlich, wer Treiber dieses Gesetzeswerks ist. Da sagen wir, wir brauchen ein Internet, das für alle zugänglich ist, das nicht vollständig kommerzialisiert ist. Ich finde es schon sehr paradox, dass wir als LINKE hier die Bundesregierung auffordern müssen, ihren eigenen Koalitionsvertrag einzuhalten und aktiv zu werden gegen Uploadfilter. Vielen Dank. – Das Wort hat Herr Abg. Bolldorf, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich beginne, möchte ich doch eine Bemerkung in Richtung von Herrn Eckert machen, als er vorhin wieder besseres Wissen behauptet hat. Die AfD würde auf den Zug von Ihnen aufspringen. Zumindest habe ich es akustisch so verstanden. Sie wissen besser, dass unser Antrag am 26. März eingereicht wurde und Ihre am 4. April. Also, wer auf welchen Zug aufspringt, das müssen wir dann einmal erklären. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, wir haben im Zusammenhang mit der EU… – Das ist richtig. – Zuvor war DIE LINKE, aber ich würde gerne meine Redezeit ausnutzen. – Wir haben im Zusammenhang mit der EU… Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Kollege Bolldorf. Heberrechtsreform – eine in unserer Gesellschaft zweifelsfrei beispiellose Debatte – für die Politik auf europäischer Ebene – erlebt. Wir haben eine Debatte erlebt, die so stark gewesen ist, dass am 23. März mehr als 200.000 Menschen in vielen Großstädten Deutschlands gegen die Urheberrechtsrichtlinie demonstriert haben. 5,2 Millionen Menschen – das wurde vorhin schon gesagt – haben eine Petition gegen diese Reform unterschrieben. Doch worum geht es konkret, meine Damen und Herren? Die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, was vom Europäischen Parlament am 26. März verabschiedet wurde und nun noch im Rat gebilligt werden muss, harmonisiert das Urheberrecht europaweit und soll an das digitale Zeitalter angepasst werden. Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter sollen stärker in die Pflicht genommen werden, indem sie verstärkt Lizenzen von Rechteinhabern erwerben müssen und für Urheberrechtsverletzungen durch Nutzer direkt haftbar sind. Aus Sicht der AfD sind zwei Bestandteile bei dieser EU-Richtlinie problematisch. Das betrifft zum einen das Leistungsschutzrecht für Verleger, was heißt, dass Wiederverwerter zur Vermeidung strafrechtlicher Relevanzen eine Lizenz des Verlegers in den ersten 20 Jahren vorlegen müssen und zum anderen die Verantwortlichkeit von Onlineplattformen für Urheberrechtsverletzungen durch Art. 13, der mittlerweile Art. 17 ist. Dieser Artikel ist scharf zu kritisieren, denn er verpflichtet, dass kommerzielle Plattformen bestmögliche Anstrengungen unternehmen müssen, dass urheberrechtlich geschützte Werke nicht mehr unerlaubt veröffentlicht werden. Sie werden dazu verpflichtet, entsprechende Lizenzverträge für alle unter das Urheberrecht fallenden Inhalte zu erwerben. Alle hochgeladenen Inhalte sollen von der Veröffentlichung von Urheberrechtsverletzungen geprüft und gegebenenfalls blockiert werden. Meine Damen und Herren, richtig ist, dass der Begriff Uploadfilter im Text der Richtlinie nicht vorkommt. Wer sich aber mit der technischen Machbarkeit auseinandersetzt, stellt fest, dass Plattformen die Vorgabe nur mit Hilfe von Uploadfiltern umsetzen können. Diese sind aber für die Beurteilung von Urheberrechten ungeeignet und riskieren die Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet. Daher lehnt die AfD-Fraktion Uploadfilter strikt ab. Meine Damen und Herren, die Urheberrechtsreform versäumte es, die grundlegenden Widersprüche zwischen dem geltenden Urheberrechtssystem und dem Internet aufzulösen, also an die neue Realität in unserer digitalen Gesellschaft anzupassen und ein System zu finden, das mit dieser Komplexität umgehen kann. Da dies nicht der Fall war, hat die AfD im EU-Parlament gegen die Reform gestimmt. Gestatten Sie mir aber, noch einen zweiten Punkt anzusprechen, der über die bloße Urheberrechtsreform hinausgeht, mit der Thematik untrennbar aber zusammenhängt. Es wurde auch schon gesagt, die EU-Kommission hat Gegner der EU-Urheberrechtsreform als Mob bezeichnet. In der Debatte am 26. März im EU-Parlament hat der CDU-Abgeordnete Axel Voss beispielsweise unterstellt, Gegner dieser Reform würden gezielt Desinformation betreiben und insbesondere jüngere Bevölkerungsgruppen instrumentalisieren. Es wurde weiterhin von vielen EU-Abgeordneten unterstellt, dass die Unterschriften gegen diese Gesetzgebung von Bots generiert worden wären, also diese Menschen real gar nicht existieren. Aber, meine Damen und Herren, gerade die Demonstrationen vom 26. März haben gezeigt, dass hinter der Kritik echte Menschen stecken, die sich tiefgreifende Gedanken machen. Menschen, die das freie Internet in Gefahr sehen, die Bedenken und Argumente mit einer derartigen Überheblichkeit und Polemik abzukansen, ist gerade in Zeiten steigender Politikverdrossenheit das völlig falsche Signal. Meine Damen und Herren, es liegt jetzt am Bundesgesetzgeber, mögliche negative Auswirkungen der Urheberrechtsrichtlinie für unseren Kultur- und Digitalstandort abzumildern. Die Grundsatzüberlegung zur gerechten Vergütung von Kreativen ist richtig. Wir halten aber Uploadfilter für das falsche Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Die Freiheit des Internets ist für uns, die AfD, essentiell. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ein letzter, aber bezeichnender Satz. Meine Damen und Herren, ich stelle die Frage an die anderen Parteien. Wo waren denn die ganzen Verteidiger des Internets, als es um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ging? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zum Beginn darauf hinweisen, dass der Richtlinienvorschlag keine neuen Urheberrechte zum Inhalt hat. Darum geht es in diesem Fall gar nicht. Es geht vielmehr darum, das bestehende Recht durchzusetzen. Herr Kollege Leveringhaus hat darauf hingewiesen, dass über das Urheberrecht schon lange in Europa diskutiert und gesprochen wird. Er hat die zuständige damalige Ministerin Frau Zypries genannt. An der Zuständigkeit für dieses Thema des Urheberrechts und der Durchsetzung des Rechts ist die Bundesjustizministerin auf Bundesebene zuständig. Deshalb will ich zunächst Herrn Eckert sagen, in dem Bereich der Zuständigkeit, was Frau Barley angeht – Sie haben gesagt, das neue Konzept der Sozialdemokraten Bezahlen statt Blockieren – haben wir in den letzten Monaten und Jahren nicht einen einzigen Vorschlag vom Bundesjustizministerium, ob von Herrn Maas oder von Frau Barley gehört, die am Ende dieses Thema in Europa aktiv begleitet hätten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt – Sie müssen einmal zuhören. Wenn man immer nur schreit, kann man dann auch nichts verstehen. Die Bundesjustizministerin hat am 20. Februar im Rat auf Botschafter-Ebene dem Verhandlungsergebnis zugestimmt und hat gleichzeitig erklärt, dass sie gegen Art. 13 wäre, ohne eine inhaltliche Begründung am Ende nachzulegen. Also, durch nichts tun, sich einen schlanken Fuß zu machen, ist an der Stelle jedenfalls aus sehr schräg. Wenn der Kollege Eckert sagt, die SPD-Abgeordneten hätten alle dagegen gestimmt, dann entspricht das jedenfalls nicht der Wahrheit, sondern mit Ausnahme der Abgeordneten, die sich bei der SPD enthalten haben, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Babette Winter, die sich enthalten haben. Auch innerhalb der SPD im Europäischen Parlament gab es den einen oder anderen, der das anders gesehen hat, wie Herr Leveringhaus, Sie haben es gesagt, auch bei anderen Parteien. Um was geht es eigentlich hier? Es geht um das legitime Anliegen, und es geht um die Gerechtigkeit, dass Urheber für ihre Werke angemessen bezahlt werden. Darum geht es. Dagegen hat auch keiner etwas. Was nehmen wir zur Kenntnis? Bisher hat es jedenfalls nicht funktioniert. Sie sind nicht ordnungsgemäß bezahlt worden, und deshalb gibt es jetzt die Notwendigkeit. Das heißt, es soll jetzt der Ansatz gewählt werden, die Plattform in die Haftung zu nehmen. Das heißt, von vornherein sind nur Plattformen erfasst, und das will ich erwähnen, die zum Zwecke der Gewinnerzielung eine große Menge von Nutzern hochgeladene urheberrechtlich geschützte Werke speichern und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie sind nicht erfasst, und das ist auch nicht zu unterschätzen, Online-Marktplätze, Cloud-Dienste und Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste, ganz wichtig, Start-ups. Entgegen vieler anderslautender Behauptungen gibt es Ausnahmeregelungen, sodass alle kleineren Start-up-Unternehmen davon nicht betroffen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was den Upload angeht, sind wir uns, glaube ich, einig, dass keiner von uns Uploadfilter will. Nein, das wollen wir nicht. Das steht aber auch in der Richtlinie mit keinem Wort drin, dass Uploadfilter genutzt werden sollen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deshalb geht es darum, nachdem im Europäischen Parlament die Richtlinie beschlossen ist und nachdem am 9. April der Rat erneut tagt und dann auch auf Bundesebene Frau Barley wahrscheinlich wieder die Zustimmung in Doppelfunktion dazu geben wird, dann wird es am Ende darauf ankommen, dass wir im nationalen Recht zwei Jahre Zeit haben, das umzusetzen und dafür zu sorgen, dass eben keine Uploadfilter eingesetzt werden und die freie Meinungsäußerung geschützt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wer muss das vorlegen? Die Bundesjustizministerin, Frau Barley. Eines will ich Ihnen sagen. Wir werden im Bundesrat und mit der Bundesregierung darum kämpfen, dass wir nicht, wie bei vielen anderen Gesetzen, fünf Wochen bevor ein Gesetz dann am Ende geschaffen werden muss, einen Vorschlag vom Bundesjustizministerium bekommen. Wir wollen die zwei Jahre nutzen, um am Ende keine Uploadfilter einzurichten, sondern um die Richtlinie so umzusetzen, dass die Urheber geschützt werden, ordentlich bezahlt werden und die freie Meinungsäußerung nicht beeinträchtigt wird. Deshalb werden wir uns auf die nächsten Jahre daran beteiligen, genau das umzusetzen. Ich erwarte vom Bund, dass er schneller tätig wird als in allen anderen Gesetzen, die vom Bundesjustizministerium in den letzten Jahren vorgelegt worden sind. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Ich weise darauf hin, dass die AfD-Fraktion beantragt hat, dass über Ihren Antrag namentlich abgestimmt wird. Auch das ist zulässig. In diesem Hause ist der Punkt 50. Bitte richten Sie sich, wie auch immer. Dann kommen wir erst einmal zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, wir sind uns einig, dass wir alle Anträge abstimmen. Dann kommen wir erst einmal zum Punkt 38, Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE 20347. Wer ist dafür? SPD und Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Die FDP, die AfD, die Fraktionen und unsere Kolleginnen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann gehen wir jetzt in namentliche Abstimmung zum Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 20400. Wir rufen auf. Du fängst an. Ulrike Alex Entschuldigt Tarek Al-Wazir Entschuldigt Katrin Anders Lena Arnold Sabine Bächle-Scholz Dirk Bamberger Jürgen Banzer Dr. Ralf-Normat Bartelt Elke Barth Alexander Bauer Frank Thilo Becher Frank-Thilo Becher Holger Berlino Markus Bocklet Michael Boddenberg Christiane Böhm Karl Hermann Bolldorf Volker Bouffier Silvia Brünel Dr. Matthias Büger Thailan Burcu Ines Klaus Miriam Dahlke Wolfgang Decker Christoph Degen Christoph Degen Frank Diefenbach Angela Dorn Tobias Eckert Peter Beuth Nina Eisenhardt Arno Enners Nancy Faeser Martina Feldmayer Torsten Felstehausen Carina Fissmann Hildegard Förster-Heldmann Jürgen Frömmrich Sandra Funken Klaus Gagel Dirk Gav Kerstin Geis Lisa Gnadl Eva Goldbach Dr. Frank Grobe Vanessa Gronemann Stefan Grüger Gernot Grumbach Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn Karin Hartmann Karin Hartmann Habe ich an Nein gehört oder nichts? Karin Hartmann Meine Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich. Hier wird gerufen. Man versteht nichts, aber man versteht hier oben natürlich auch nichts. Ich bitte darum, wenn eine namentliche Abstimmung ist, dass Ruhe im Saal ist. Wer rausgehen will, soll rausgehen. Er kann irgendwann wieder reinkommen, wenn er will. Aber sonst versteht man es hier nicht. Dann gibt es Abgeordnete, die sonst sehr selbstbewusst sind, auch an der Theke. Die hört man aber nicht, wenn sie Ja oder neun sagen. Da ist mein herzlicher Wunsch, dass das ein bisschen lauter gesagt wird. Ich wiederhole, Karin Hartmann. Erich Heidkamp Christian Heinz Birgit Heidland Thomas Hering Klaus Herrmann Priska Hinz Heike Hofmann Markus Hofmann Fulda Andreas Hofmeister Hartmut Honka Knut John Jon Björn Jan Kaffenberger Rolf Kant, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerhard Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Torsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Lotz Frank, Prof. Dr. Ralf-Alexander Lorz, Heinz Lotz, ich auch nicht, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Jörg Michael Müller, Karin Müller, Kassel, Regine Müller, Schwalmstadt, Stefan Müller, Heidenroth, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janke Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günter Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schardt-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, entschuldigt, Meerm Schmidt, Heiko Schulz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadec Sönmez, Frank Steinrath, Oliver Stirböck, Manuela Strube, Ismail Tipi, Oliver Ullott, Tobias Utter, Joachim Fay-Hellmann, Bernd-Erich Vohl, Matthias Wagner-Taunus, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kathi Walter, Torsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Dr. Thomas Magnussen, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Turgut Yüksel Nein. Sind noch Kollegen dazugekommen. Wiskt euch das, drückt und euch schlägt, Sie lesen. Armin C march, Tatjus, Ihnenishes melden. Karin Hartmann Christoph Degen Noch jemand, der seine Stimme gerne abgeben möchte? Ich bitte auszuzählen. Das ist also nicht der Fall. Dann ist die namentliche Abstimmung abgeschlossen. Sie müssen sich bitte auszählen. Vielen Dank. 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 Wer ist dafür? Wer enthält sich? Wer ist dafür? Wohl. Die FDP? Damit ist dieser Antrag auch abgelehnt. Gut. Dann können wir den Punkt abhaken. Vielen Dank. Vielen Dank.